man ich habe den so erweist und erzehrt und erzergelt so die machen wir einzeln ehrlich wir haben so wenig zähes da müssen wir einzeln machen das ist ja gut dass wir das einzeln machen und guck mal hier das feiste logo in rot das musst du erst mal so finden man muss erst mal machen das muss erst mal so finden ja geile sache erstens hebele heute ja ist auch viel nicht heller alter sind die premium alter die sehen ja mal richtig deluxe aus die sind ja richtig vor allem die sind die richtig sauber die teile alter schwede sind die geil mein gott guck dir das an hammer geil ich glaube das ist man auch nicht alle tage geil also die verarbeitung ist schon mal rega top und vor allem das liebe ich an den deutschen böllern diese richtig schöne industrielle sachlichkeit dabei so herrlich ist das doch das sieht doch so geil aus ja schön das dunkelrote papier hier da bin ich gespannt oh ja ich auch da bin ich gespannt wie flitze kacke oh die gehen aber schnell aber hier gibt es jetzt den gulli auch erwischt die sind aber zunderig doch biestig ne direkt weg alter die sind aber die flächen alter aber wie die sind geil also lauter als so einige ds die wir heute schon hatten aber mindestens so geht das brutal versenkt ja komm ist gut 440 hatte ich noch nie gehabt aber dafür haben wir jetzt ein paar richtig geile csk so wird es dann bis bis zu den blackheads bis demnächst tschüss